Wagenklassen. Ich kann ja schon mal aufzählen, die ich kenne. Also einmal Street, das ist jetzt, was wir jetzt fahren. Das ist vor allem für Stadtrennen, Straßenrennen. Dann gibt es einmal Gelände, das ist so eigentlich alle Belege. Dann gibt es noch Performance, das ist vor allem für Asphalt. Und noch Rally, das ist